Was gelernt man und Seafighter, Osir hier und heute mit einem kurzen News Video zum globalen Dokkan Battle, denn es gibt neue Neuigkeiten und zwar kommt eine neue Funktion, wir aber wissen genau was es ist, nämlich das Extreme Sea Battle kommt für das globale Dokkan Battle. Diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, ich habe dazu schon ein paar Videos gemacht, als das in das japanische Dokkan Battle kam, ich werde die Links in die Beschreibung setzen, natürlich gehe ich hier auch noch drauf ein, nämlich Extreme Sea Battle, was ist das, um es kurz zu fassen, ein neuer Modus, neues Gameplay. Okay, bestimmte Charaktere werden durch das Extreme Sea Battle in der Lage sein, ihr Level, ihr Limit zu überschreiten. Was meine ich damit genau? Bestimmte Transcendent, Ultral Charaktere, vor allem die älteren, bis dato war das in JP, Super Saiyan 3 Goku und Broly und der Free2Play Kid Gohan, aber in dem Sinne handelt es sich natürlich um den Super Saiyan 3 Goku, wie wir hier aus dem Bild entnehmen, denn er war auch der erste, den Extreme Sea Battle und den Extreme Sea Awakening bekommen hat. Anyways, diese Charaktere werden quasi in der Lage sein, ihr Max Level ist ja momentan bei 120 und nach ihrem Extreme Sea Battle durch ihr Extreme Sea Awakening werden sie in der Lage sein, bis zu Level 140 zu kommen und Super Attack Level 15 und ihre Passive Leader Skill etc. Super Attack Boosts werden sich ändern. Das ist, um es kurz zu fassen, das Extreme Sea Battle, da werden Charaktere quasi so weit weiter awaket, bis sie quasi einen Schritt vor LR-Status sind, wenn ich das so sagen darf, denn sie sind dann auf Level 14 und Super Attack Level 15 und ihre Stats und alles erhöhen sich natürlich. Das Ganze, hier steht zwar dran, das Ganze kommt Mitte März ins globale Dokkan Battle, aber bei uns wird das, sollte es der Fall sein, am 13. März um 37 morgens sollte das Ganze kommen, heißt nächste Woche schon im Prinzip in 8 Tagen. Gut, dann würde ich sagen, diejenigen, die quasi nicht wissen, was ich genau meine, und zwar sind das diese drei Charaktere, die schon an Extreme Sea Awakening erfahren haben, wie gesagt, der aktuellste von allen ist der Free-to-Play Gohan, aber auch zu allen anderen habe ich schon Videos gemacht, sei es Gameplay, sei es Infos, da setzt die Links auf jeden Fall in die Beschreibung, damit ihr da vorab schon informiert seid. Nun gut, zu der Änderung zum Beispiel, wie Goku sich ändert, und auch ganz wichtig, ich werde darauf anzusprechen kommen, wie das Ganze bei uns erscheinen wird, denn in JP war das ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt, bei uns ist es zu einem mehr oder weniger anderen Zeitpunkt, ob es da Konsequenzen gibt, ja, nein, das werden wir uns gleich genauer ansehen. Aber vielleicht merkt ihr schon, okay, hier ist schon ein bisschen was anders, nämlich, wir haben hier zwei Stats. Einmal auf der linken Seite sehen wir den normalen Goku, den wir quasi schon in Global kennen, er geht auf Level 120, sein Niederskill ist, er gibt Glitab-Charakter in Keyplus 3 auf den Angriff 3000, Passive ist, er macht, also nicht Passive, sondern die Ulti ist, er macht Supreme Damage und verändert Verteidigung des Gegners, seine Passive ist, er bekommt 100% für sieben Runden lang, und so weiter und so fort. Aber, auf der rechten Seite steht dann zum Beispiel Leader-Skill-Z, Super-Tech-Z, nach seinem Extreme-Z-Awaken. Da haben wir schon mal jetzt zum Beispiel, ja, gehe ich natürlich nochmal durch, was sich bei dem Charakter ändert, damit ihr dann ein Bild davon habt, wie gut der Charakter danach wird, denn, mein Gott, für eine gute Zeit wird dieser Charakter nach seinem Extreme-Z-Awaken, einer der hardest Hitter in Global, ja, und in JP ist er noch immer noch in den Top 10, wenn mich nicht alles täuscht. Anyways, sein Level wird, wie gesagt, auf bis zu 140, ähm, sein Niederskill ergibt dann, er gilt die Charakter in Keyplus 3 auf jeden Angriff 70%, er macht dann immense Damage weiterhin, aber er verhängt stark die Verteidigung des Gegners, seine Passive wird geil. Ja, bei dem Goku war das Problem, er, diese Rundenbegrenzung, 100% Angriff für sieben Runden, jetzt bekommt er fix 70% auf die Verteidigung, das immer, aber, das sind die Rundenbegrenzungen, sind dann immer noch da, sind dann für sieben Runden lang, aber 120%, ja, bekommt mehr Angriff-Boost, also das ist schon mal geil. Links hier bleiben dieselben, ähm, nur die Stats werden natürlich höher, das sind so seine normalen Stats, wie wir sehen, auf Max Level ohne Extreme-Z-Awaken, kommt er auf HP 16.000, äh, circa, Attacke, also Angriff auch 15.500, 12.000 Defense, Die Sache ist bei dem, nämlich, bei so alten OGs, bei den alten Charakteren, sie bekommt von den Dupe-System-Boosts 7.000 auf jeden Stats, die alle anderen neuen Charaktere kommen maximal 5.000, diese Dudes, die alten Eisen, sage ich mal, bekommen 7.000 und deswegen, schaut euch mal die Stats an. Wenn man den Extreme-Z-Awaken auf 100% bringt, sind seine Stats, seine HP bei 19.000 quasi, 18.000 Angriff, 13.000 Defense, das sind LS-Stats, Leute, deswegen werden diese Units umso geiler. Das Extreme-Z-Awaken funktioniert Step-by-Step, es gibt verschiedene Medaillen, wie wir hier sehen, man kann ihn, äh, schrittweise Awaken, das werden wir gleich sehen, und Step-by-Step, je öfter ihn, wir, äh, Extreme-Z-Awaken, Desto mehr, äh, desto höher wird sein Level, sein Angesteigt, Stats steigen, das ist ja, äh, quasi dann, natürlich, ähm, selbsterklärend, aber, wie gesagt, sein Level steigt, Step-by-Step, von 120 geht's auf 125, dann auf 130, dann seine Super-Attack geht von, äh, Max-Level auf, äh, von 10 auf 11, 11 auf 12, bis so jetzt, und so jetzt und so fort, bis, äh, Max-Level 140, Super-Attack 15, und, äh, ab gewissen Schritten ändern sich dann auch noch die Passive und die Ulti, und die, äh, sein Leader-Skill, wie wir gesehen haben. Also, auf diesen Modus freue ich mich sehr, sehr, auf jeden Fall, das wird wirklich cool, zumal auch, äh, der Modus an sich sehr Spaß macht, diejenigen, die das kennen, die wissen, denn es sind quasi, wir kämpfen, äh, Stage für Stage gegen den selben Gegner, und Stage für Stage, Level für Level wird dieser Gegner, äh, stärker und stärker, und es wird immer schwieriger und schwieriger. Nun, wie schwierig ist das Ganze, ja? Also, die Stage von dem Dreifachen-Goku war sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin, die von Broly ging noch ein bisschen, da gibt's auch, äh, spezielle Bedingungen, auf die geh ich gleich noch drauf ein, die von Gohan ist easy, also, im Vergleich zu Broly und, ähm, Vergleich zu Broly und Goku, denn Gohan sein ist ja Free-to-Play, das ist auf jeden Fall machbar, aber, um es mal grob so, äh, auf den Punkt zu bringen, das ist quasi ein Draid-Modus, ja, wir fangen bei Level 1 an, wenn wir Level 1, äh, gewinnen, gehen wir zu Level 2, unser Gegner wird stärker, wir gehen zu Level 3, Level 4, etc., das ist eigentlich uncapped, geht bis Level 999, wenn mich alles täuscht, natürlich, äh, wird's immer schwierig, und ob man das schafft, was anderes, aber bis zu Level 31 müsst ihr es schaffen, beziehungsweise, um es genau zu sagen, bis zu Level 30, damit ihr danach, ähm, euren Goku komplett Extreme-Z-Awaken könnt, auf Level 140, etc., was wir uns gerade angeschaut haben. Bis Level 31 bekommt man dann Preise, ja, die Preise sind hier gelistet. Und das Coole am Extreme-Z-Awaken ist, man bekommt quasi alles, was man braucht, um diesen Goku zu awaken. Wir bekommen zum einen die Medaillen, wir essen erstmal die Bronze-Medaillen, Silber-Medaillen, äh, für die Step-by-Step, für Step-by-Step-Extreme-Z-Awaken, die Gold-Medaillen, Rainbow-Medaillen, etc., und auch die Orbs, die ganzen Orbs, damit wir ihn von 0 auf 100 bringen können, und auch die ganzen Grand-Kais, um seine Essay zu erhöhen, ja. Ist wirklich sehr cool, wirklich sehr, sehr cool. Zudem bekommen wir pro Stage einen Dragonstone, heißt, wenn wir das Ganze schaffen, haben wir 31 Dragonstones, an der Stelle noch. Genau. Nun ist die Sache aber so, ähm, ihr seht schon, es ist ein 1-3-Level, es wird jedes Mal schwieriger, und ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es echt schwierig. Da gibt es auch spezielle Bedingungen. Gehen wir mal her zum Beispiel, wir sehen Level 1, 2, okay, gar keine Begrenzung, da können wir in ein Tag-Team rein, alles gut. Ab Level 3 können wir dann seine Verteidigung nicht mehr senken, ab Level 5 können wir nicht mehr stunnen, und so weiter und so fort, ja. Man kann nicht mehr zielen, stunnen, an gewissen Stages Angriff nicht senken. Er selbst bekommt natürlich einen Angriff-Boost, wird tanken, also seine Defense geht hoch, etc. Ähm, was können wir dagegen machen? Nämlich in so Extreme-Z-Battle gibt es immer eine Kategorie, die dafür sorgt, dass diese Kategorie, die Charaktere, diese Kategorie vermehrt Schaden machen. Das ist so typisch Event-like in Dokkan, ja. Wir wissen, in gewissen Dokkan-Events machen manche Charaktere mehr Schaden, manche Linkskills. In dem Fall sind das die Resurrected Warrior. Und vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, ihr zahlt hierfür keine Stamina, ja. Wenn ihr immer ein neues Level macht, zahlt ihr keine Stamina. Man kann auch zurückgehen zu einem Checkpoint, da zahlt man an Stamina, aber wenn ihr wirklich Step-by-Step vorangeht, zahlt ihr keine Stamina, und man kann aber auch keine Items benutzen, deswegen ist dieser Modus so schwer. Items sind nicht erlaubt. Aber zurück zu den Resurrected Warriors. Resurrected Warrior, Jungs! Wir wissen, wer der Leader von ihnen ist. Angel Golden Freezer. Und wir wissen auch, dass ein Global Angel Golden Freezer noch nicht draußen ist. Wir wissen, er sollte einer der Nächsten sein. Jetzt ist er eigentlich ziemlich sicher, ja, da das Extremsy-Battle von 3 von Goku kommt. Die Frage ist, wann kommt der Dude? Weil wir brauchen Resurrected Warrior, um hier durchzukommen, ja. Denn das Event von Goku ist wirklich schwer. Von den 3 würde ich sagen, das Schwerste. Broly war machbar mit Super-Egel-Team, mit ein paar Hybride-Sane, das von Free-to-Play-Goku. Ja, Gohan ist machbar, müssen wir nicht überstreiten. Aber wie ist es mit dem Dude hier? Nun, das Ganze kommt am 12.3. beziehungsweise 13.3. 13.3. Besser um 37.3. Unsere Zeit. Heißt, entweder muss irgendwann jetzt diese Woche noch oder zeitgleich der Banner von Freezer kommen. Das wäre nicht verkehrt, das könnten sie auf jeden Fall machen. Die Woche kommt dann dieser Download und dann kommt nächste Woche auf Angel Gohan Freezer. Zeitgleich mit dem Modus oder einen Tag davor. Also, you've got my point, ja. Um den Zeitraum herum. Oder sie gehen her und ändern ein bisschen was an der Schwierigkeit oder wie man das Ganze bewältigt. Wobei ich das für nicht realistisch halte, weil Extremely Bad ist an Dash and Free-to-Play. Ich denke, sie machen sich da keine Mie, um das zu ändern. Da sind sie, glaube ich, ein bisschen zu faul. Beziehungsweise sehe ich da keinen Grund, das zu ändern. Ja, man könnte einfach den Banner mit rausbringen. Wenn sie, gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus, wenn sie den Leader nicht rausbringen von den Resurrected Warrior und wir nur die Charaktiere haben, mehr oder weniger, dann wird es schwer, meine Freunde. Dann wird es schwer. Denn in dem Fall wäre es ideal, dass man mit einem Extreme-Tech-Team reingeht, indem man Resurrected Warrior, Extreme-Tech-Resurrected Warrior mitnimmt. Das wäre dann quasi hier. Weil diese sind recommended, ja, diese sind empfohlen, weil sie natürlich dafür mehr Schaden machen, weil es Resurrected Warrior sind und Extreme-Types sind und Goku-Super-Types. Aber, gut, da brauchen wir dann einen Super Saiyan 3 Broly als Leader oder einen Tag Leader oder wir gehen kompletter und nehmen Tag-Charaktere, die nur aus Resurrected Warrior bestehen. Aber ihr seht schon, das sind begrenzte Anzahlen. Ja, also daraus ein Team zu bauen, kann man auf jeden Fall machen. Da wird man wahrscheinlich auch weit kommen. Aber ob man die letzten Schwierigkeitsstufen schafft damit, fraglich. Also auf der sicheren Seite wären wir dann wenn Angel Go und Freezer rauskommt, das hoffe ich. Dann bauen wir dann ein Resurrected Warrior Team, da aus denen viele vom Tag-Type sind, und dann wäre das Ganze cool. Heißt, mit was können wir rechnen am 13.3. Das sollte das Datum sein. So sind die Daten, falls euch fackt, woher ich das habe. Und zwar, Extremsy Battle, freue ich mich ganz, ganz drauf, und Angel Go und Freezer, Fragezeichen. Ich denke ja, das sollte eigentlich der Fall sein. Wenn nicht, dann wird es vielleicht anfangs weit schwer, aber wir wissen, wir wissen, die Celebration, die nächste endet schon 19.20. März. Wenn, dann kommt es vielleicht eine Woche drauf, irgendeine Doktor-Feste bei einer Muskat kommen, denn wir haben gerade Filler-Zeiten mit dem Kevlar-Banner. Aber da wir gerade eben Filler-Zeiten haben, sehe ich das eigentlich, bin ich da optimistisch, dass dann nächste Woche sowohl Extremsy Battle kommt, als auch Angel Go und Freezer. Wie ist eure Meinung zum Ganzen? Lasst mir auf jeden Fall das in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.